Das heutige Thema dreht sich darum, was du unter deinem Bett aufbewahren solltest und was nicht. Viele von uns vernachlässigen diesen Bereich unseres Zimmers und nutzen ihn als Stauraum für Dinge, die wir nicht mehr benutzen, oder noch schlimmer, als Platz, um unseren Müll abzuladen. Wusstest du jedoch, dass das, was sich unter deinem Bett befindet, das ist, was dein Unterbewusstsein während deines Schlafs aufnimmt? Wenn du dich fragst, was dein Unterbewusstsein aufnimmt, musst du nur unter dein Bett schauen. Du könntest überrascht sein, was du findest. Das könnte auch erklären, warum manche Dinge in deinem Leben länger dauern, um sich zu manifestieren. Um dir zu helfen, dein Leben zu verbessern, habe ich eine Empfehlung, die für viele Menschen funktioniert. Zuerst schlage ich vor, dass du unter deinem Bett aufräumst und vermeidest, dort irgendetwas aufzubewahren. Versuche es mindestens einmal im Monat sauber zu halten. Wenn du unbedingt etwas dort aufbewahren musst, lege es in eine Holz- oder Pappschachtel, aber achte darauf, dass es die beste Schachtel ist, die du hast. Dann denke darüber nach, was du im Leben möchtest und was dir fehlt. Das kann alles sein, von Gesundheit bis Wohlstand bis hin zum Besitz deines eigenen Zuhauses. Wähle ein Foto, einen Gegenstand oder schreibe sogar einen Satz, der dein Ziel repräsentiert. Zum Beispiel, wenn du Geld anziehen möchtest, liege eine Banknote beliebigen Wertes in die Schachtel. Wenn du ein Zuhause möchtest, drucke ein Bild von der Vorderseite des Hauses aus, das du dir wünschst. Sobald du deine Ziele ausgewählt hast, bewahre sie in der Schachtel unter deinem Bett auf. Du kannst auch neue Ziele hinzufügen, wann immer du sie hast. Die Idee ist, diesen Raum als Werkzeug zur Manifestation deiner Wünsche zu verwenden. Mit der Zeit wirst du positive Veränderungen in deinem Leben sehen, wenn deine Ziele beginnen sich zu manifestieren. Zusammengefasst, sich darum zu kümmern, was du unter deinem Bett aufbewahrst, kann einen erheblichen Einfluss auf dein Leben haben. Nutze diesen Raum als Werkzeug zur Manifestation deiner Ziele und Wünsche. Denke daran, ihn regelmäßig zu reinigen und ordentlich zu halten. Indem du diesen einfachen Empfehlungen folgst, wirst du feststellen, dass sich dein Leben von Tag zu Tag verbessert. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um über weitere Videos wie dieses auf dem Laufenden zu bleiben, die dir helfen werden, dein Leben zu verbessern. Gib Amen ein, wenn du an Wunder glaubst. Sieh dir diese wichtige Nachricht jetzt an. Ich bin ein, wenn du an Wunder glaubst.